Das ukrainische Verteidigungsministerium hat 105 luftgestützte Aufklärungsdrohnen vom Typvektor beim deutschen Unternehmen Quantum Systems GmbH bestellt. Die Kosten für den Auftrag werden von der Bundesregierung im Rahmen der deutschen Unterstützungsleistungen für die Ukraine übernommen. Dies geht aus einer Mitteilung von Quantum Systems hervor. Bei dem Auftrag handele es sich um die zweite Bestellung dieser Drohne durch die Ukraine, so das Unternehmen. Die erste Bestellung im Umfang von 33 Stück sei bereits im August des vergangenen Jahres eingegangen. Weiter heißt es, dass die Vektordrohne im ukrainischen Kriegsgebiet ausgiebig und intensiv eingesetzt worden sei und sich im Bereich der militärischen Aufklärung und Überwachung als äußerst nützlich erwiesen habe. Aufgrund der robusten Konstruktion sei das System für den Einsatz in herausfordernden Umgebungen und unter extremen Wetterbedingungen geeignet, so Quantum Systems. Das Unternehmen gibt zudem an, dass die Erfahrungen, die die Nutzer aus der Ukraine zurückmelden, bereits in die Weiterentwicklung der Vektordrohne mit eingeflossen seien. Mithilfe des neuesten Software-Updates funktioniere die Drohne nun auch in Szenerien mit gestörten GPS-Daten. Neben der Lieferung der Systeme kündigt Quantum Systems zudem an, Schulungen und technische Unterstützung vor Ort in der Ukraine zu ermöglichen. Eine noch zu eröffnende Einrichtung solle sowohl als Ausbildungsstätte für die Vektordrohne dienen, sowie als lokale Drehscheibe für die Beschaffung von Ersatzteilen und Reparaturdienstleistungen. Der CEO von Quantum Systems, Florian Seibel, betonte wie wichtig es ihm sei, die Ukraine mit seinen Systemen zu unterstützen. Zudem sagte er, die Möglichkeit, den Vektor in kurzer Zeit mit kampferprobten Funktionen und Fähigkeiten auszustatten, ist für uns als Hersteller und die Betreiber unserer Systeme von entscheidender Bedeutung. Alle unsere Kunden werden davon profitieren. Bei der Vektor handelt es sich um ein Unmanet-Aerial-System, UAV, das aufgrund seiner Kipprotoren in der Lage ist senkrecht zu starten und zu landen, in der Luft jedoch mithilfe seiner starren Tragflächen effizient größere Strecken zurücklegen kann. Laut Hersteller beträgt die maximale Flugzeit 120 Minuten. Die maximale Entfernung zwischen Kontrollstation und UAV wird mit 15 Kilometern bei Nutzung der normalen Fernsteuerung und mit 25 Kilometern bei Nutzung zusätzlicher Antennen angegeben. Die Reisegeschwindigkeit beträgt zwischen 50 Kilometer pro Stunde und 70 Kilometer pro Stunde. Die Maße der Vektordrohne werden mit 2,8 Meter in der Breite und 1,63 Metern in der Länge angegeben. Mithilfe der elektrooptischen und Infrarotsensoren sei die Übertragung von Echtzeitvideos bei Tag und Nacht möglich.